Die Herstellung individueller Produkte oder Kleinserien stellt eine alltägliche Herausforderung für Sie dar. Sie müssen höchst flexibel und zeitnah auf Kundenwünsche reagieren. Kein Problem mit dem Unitop Produktkonfigurator. Der Produktkonfigurator von Unitop unterstützt Sie sowohl bei der Preisbildung als auch bei der Erstellung von neuen Artikeln oder Artikelvarianten inklusive der dazugehörigen Stammdaten wie Texte, Stücklisten und Arbeitspläne. Die Basis hierfür liefert ein frei konfigurierbares Regelwerk. Das darin gespeicherte Wissen ermöglicht es selbst Mitarbeitern ohne ausgeprägter Produktkenntnis Angebote zu erstellen und Kunden am Telefon technisch zu beraten. In unserem Beispiel möchte unser Kunde einen Wandförderer nach seinen Wünschen bei uns ordnen. Mit dem Unitop Produktkonfigurator können wir seinen Wunschartikel direkt aus dem Angebot heraus generieren. Hierzu wählen wir zuerst eine Produktvorlage aus und geben dem Artikel anschließend die Sonderwünsche des Kunden mit. Der Unitop Produktkonfigurator leitet uns dabei bis zur Fertigstellung des neuen Produktes. Die eingegebenen bzw. ausgewählten Parameter werden mit dem hinterlegten Regelwerk abgeglichen, sodass Querverbindungen von bestimmten Parametern und deren Auswirkungen auf die Machbarkeit direkt berücksichtigt werden. Das Ergebnis der Konfiguration ist ein individueller Artikel für den Kunden mitsamt Texten sowie einen Preis und im Hintergrund die angelegte Stückliste und der Arbeitsplan, die zur Fertigung des Artikels benötigt werden. Mit dem Unitop Produktkonfigurator werden auch Mitarbeiter ohne ausgeprägten Produktwissen Schritt für Schritt bei der Erstellung von neuen Artikeln oder Varianten unterstützt. Das spart Zeit, verhindert Fehler und entlastet die Fachabteilung. Das Ergebnis ist ein reproduzierbarer Artikel in all seinen Besonderheiten, der dem Kunden angeboten werden kann. Besuchen Sie unsere Homepage unter www.unitop-welt.de für weitere Videos.